Nein! 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 Ich bin zuerst dort dumm! Man kann nicht bewegen! Was? Hallöchik Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Trials! Mit Sven! Hallo! Ja, wir spacken hier ein bisschen rum! Oh ja, ich habe noch eine Show! Show ist auf den Sieg! Komm! Juhu! Vorher war es so geil! Komm jetzt, komm jetzt! Als noch die Tassen falsch belegt waren, dann bin ich gefahren! Sven konnte einfach meinen Typen zum Absprung bringen, ne? Zum Abspritzen! Nein! Nein! Ich bin zuerst dort! Das machen wir nicht! Man kann nicht bewegen! Was? Wer hat gewonnen? Wir haben beide noch Punkte! Wir nehmen es zur besten Zeit auf! Es ist halb zwölf ab! Schon wieder! Es ist fünf vor zwölf! Wir sind scheiße laut! Sven ist bei mir, bei mir ist zum Glück niemals mehr aus! Los geht's! Oh mein Gott! Wieso bist du so weit? Ich bin auch so weit gekommen! Du musst dich drehen beim Absprung! Bumm! Bumm! Das Spiel ist so lustig! Oh nein! Wieso gibt es eigentlich die Funktion Absprung? Und wie ist explodiert dein Bike dabei? Keine Ahnung! Ich spiel mit den Kontrollnern, Sven mit der Tastantum! Uiiiiiii! Wie denn wird das überhaupt ein bisschen abschmacken zwischendurch? Hä? Abschmacken zwischendurch! Au! Das Ziel, das Ziel! Nein, 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 nein! Ja! Ja! Warte! Alter, was denn so laut ist und so scharf ist! Ja, scheiße, ich war noch im Sprung! Wieso hast du sieben Punkte für dich? Ich hab gefunden! Wenn du weniger umfällst, kriegst du auch weniger aus! Okay, ich muss ein bisschen stresser spielen, denke ich! Halb so! Die hören wahrscheinlich den Spiel-Sound doppelt! Boi! Weil wir den Spiel-Sound über die Boxen höhen! Nein, nein, nein! Au! Ich hab jetzt mal die Boxen ausgeschalten! Geht, Alter! Das soll ich wissen! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Nein! Ja! Ich hab gewonnen! Steck dich, Jakob! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Das finde ich jetzt unfair! Ich hab gewonnen! Was ist denn eigentlich? Komm jetzt mach! Oh, mein Gott! Über die Tastatur ist noch ziemlich viel! Oh, mein Gott! Nachher können wir von mir aus tauschen! Ne, ist schon gut! Okay! Ich find's mir sehr leerst- äh, leerst witziger abzuspringen! Aha, okay! 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 Hä? Hä? Nein! Fährst du überhaupt? Was? Was? Was machst du? Ah! Das war die falsche Tast! Genau! Boah! Oh! Nein! Nein! Ja! Ja! Komm schon! Oh! Oh! Kopf-an-Kopf-Rennen! Nein! Yes! Lol! Dick! Einfach auf Bohnen-Wickler! Wieso musst du eigentlich immer noch gewinnen? Das ist nicht fair! Doch! Das ist echt nicht fair! Wir können ja noch einen Shooter mit dem... Nein, vergess es! Der Shooter spielt mit dem Pad am Computer, ne? Ich gewinne! Was? Ich bin eindeutig am gewinnen! Ich bin Spieler 1! Fick dich! Oh, scheiße! Nicht cool! Das ist lustig! Hier schlage ich dich aber! Anderfunk? Pah! Anderfunk wie geht's! Und? Oh! 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 Nein! Oh! Oh! Komm jetzt! Alter, das ist so scheiße hier! Nein, nein, nein! Wieso kommst du eigentlich immer noch in der letzten Abschnitt, wenn du wiedergeboren wirst? Einfach als erste Nacht durch, auch wenn ich eigentlich dominiert habe. Das ist so nicht fair. Doch, doch. Nein. Das ist einfach Glück. Kleine Sau. In schwindelnde Höhe. Was seht ihr, was seht ihr hier oben, wie war halt so eine scheiß Bar? Habt ihr euch wieder abgesprungen? Huja! Oh scheiße. Hui! Yes! Nein! Und? Oh scheiße. Ja, ich bin abgesprungen. Geil gemacht. Nein. 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 Warum bin ich in der Hüft stehen geblieben? Wieso meiner auch immer nach hinten fliegt und nicht nach vorne? Wenn du ihn so richtest, dann fliegt er nach vorne. Alter, aber nicht Spaß. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist immer nicht fair. Das ist immer noch nicht fair. Du kannst es aber mit Patch spielen. Das ist es noch nicht. Doch. Das ist nur Glück. Mit dem Pad ist es einfach verkauft. Eigentlich bin ich am dominieren. Fick dich. Ich sende die Punkte ab, ne? Die sind nur die Punkte, Schlampe. Ich heiße Thomas Müller. Ich stehe mir einfach richtig. Oh scheiße. Oh scheiße. Nein. Das welcher bin ich? Der blaue. Ich hab die ganze Zeit auf deinen geschaut, oder? Das war sehr unklug von dir. LOL. Ich wusste es gar nicht. Genau darum meine ich. Ich weiß nicht qualifiziert. Jetzt hätte ich endlich mal die Chance gehabt. Ja. Scheiße nochmal. Da kann ich jetzt auch nichts dafür. Unfair. Oh. Ich hab gewonnen. Oh. Mein Leute, komm. Revenge. Ja, jetzt gleiche oder was? Ja. Okay, okay. Weiter? Ja, weiter. Komm. Gleiches Trigger oder was? Oder nicht? Kannst auch andere. Ja, jetzt schon zu spät. Vielleicht. Diesmal schweif ich dich. Du bist der blau, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich muss mal meine Skills hier auspacken. Scheiße. Oh scheiße. Deine Skills sind nicht vorhanden. Oh scheiße. Oh scheiße. Verdammt. Ich sehe es schon. Komm dann in den Gamescom. Dann sehen wir so ein Trialskip. Wie dann in den Gamescom. Wir haben Trialskip. So. Scheiße. Dominieren. Du warst am Dominieren. Nein! Oh. Oh, war das knapp. Ich bin knapp. Erster geworden. Ich bin mal ein bisschen näher dran. Ich hab mehr Punkte als Fein die ganze Zeit. Du darfst nicht zu viel stürzen. Und ich bin mal ins Ziel gekommen. Ja, das stimmt auch. Scheiße. Hörig. Wieso? Wieso stürze ich eigentlich? Nein! Oh! Cheater! 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 Eindeutig ein Cheater! Oh! 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 Nein! Komm schon! Komm schon! Ja! Nein! Ja! Ja! Scheiße! Ha! Geschraff! Wie ich am Schluss noch so lieb, ich fass jetzt so über die Hüge hoch... Nein, aber ich dachte schon, er hätte sie nicht überholt. Boah, aber jetzt ist es knapp, ne? 16 zu 40! Das war ein Mann, mein Glück, Bitsch. Ja, 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 ja. Boah, wir müssen Mario Kart eigentlich überspielen. Zeit für den Wii U eigentlich, Mann, nicht? Das auch, ja. Der Mario Kart. Ach, ey. Komm jetzt, wo bleibst du? Ich bin hier. Oh, scheiße! Oh, ich bin Fick zu hoch. Das war jetzt ein Vollzupflicht. Oh, das war Fake. Das hätte ich jetzt nicht. Nein! Nein, nein! Keiner von uns. Nein, ich habe Minus zwei Punkte. Gleichstand. Das für Gleichstand bedeutet... Fick dich! Nein, das Minus... Oh, weil, weil nicht abgeschlossen wird. Oh, oh. Oh, oh! Oh, oh! Bis als du nur Minus zwei bekommen und nicht noch mal ein... Ich weiß es nicht. Das, das Game will mich verarschen. Das weisest du, ehrlich gesagt nicht. Das will mich eindeutig verarschen. Oh, oh! Oh, weißt du, wie mir beide gefällt hat. Aber doch! Komm schon! Nein! Verdammt, jetzt! Ich muss absprungen! Du musst es nicht! Doch, ich muss es nicht! Absprung kostet auch einen Punkt! Ja, das weißt du! Weißt du das, ne? Ja, vielleicht kostet es nicht! Wer dominiert jetzt? Wer dominiert jetzt? Meindeutig nicht gut! Scheiße! Nein! Ich hab wohl das Rennen abgeschlossen! Du hast aber auch jetzt Minus 3! Ich führe immer noch mit deinem Punkt! Nein! Richtig! Ohne Spaß! Ich hab nur Minus 2 bekommen! Ich weiß nicht warum! Das Spiel wird mich verarschen! Ohne Spaß! Nur weil du Gelb bist? Kleine Drecksau! Oh! Oh! Ich hab mir nicht abgesprungen! Ja! Aber ist gut! Ich hab mir nicht gesprungen! Ich hab mir nicht gesprungen! Du bist 4! Nein! Aber! Wir sind jetzt so Minus 3! Nein! Das Spiel ist eindeutig asozial zu mir! Du führst aber! Trotzdem! Mit 2 Punkten! Siehst du? Ich bin besser als du! Du nirgst! Du nirgst! Du nirgst! Ich bin besser als du! Ja! Wir haben nichts gegen Lillagin und Afro-Armik! Ich bin besser als du! Siehst du die kleine Nirgst! Oh scheiße! Und? Und? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich bin wenigstens noch im Zug. Achter, der schreit voll. Scheiße. Ich wäre nicht abgesprungen. Dann hättest du... Das ist das letzte Rennen, ne? Trotzdem. Ich glaube, ich weiß, dass du gewinnst. Das sind so geil aus dem Moment. Alter. Oh, nicht Wasser. Oh nein. Scheiße. Ich musste abführen. Ich musste mich retten. Fick. Alter, wieso? Und? Und? Nein, nein. 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 Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Spring ab, spring ab. Sie machen es noch. Ich bin zweiter. Ich glaube, ich habe gewonnen. Habt ihr mir nicht sicher? Ja, mit einem Punkt. Okay. Hey, sagen wir unentschieden, weil ich bin noch extra abgesprungen. Ja, wenn du nicht abgesprungen wärst, dann wäre es unentschieden. Ich weiß nicht, du machst wirklich. Komm, komm, guck, ich spiel, guck, ich spiel. Guck, ich spiel, guck, ich spiel, guck. Du hast mir das wirklich voll lassen. Ich würde sagen, nein. Das war's mit einer spontanen Runde Trials. Ja, genau. Ich bin FC Sven. Ich bin FC Flick. Haut rein.